So, heute sind wir in der Mühle. Es ist draußen sehr, sehr windig. Der Sturm geht hier gerade drüber mit gefühlt 80 Kilometer pro Stunde. Und irgendwas ist hier weggeflogen, deswegen schaue ich mir mal draußen an, was da los ist. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Okay, so heute ist in Ordnung. Wir haben jetzt fast steifen Westwind. So, jetzt geht's. Okay. So, jetzt geht's. Dann mach ich noch mal fest. Yo, home sweet home.